Ein Frühstück mit Fußballgott Steffen Hofmann im gemütlichen Ambiente des Lokals Freiraum in Mariahilf. Das haben diese Leser der Bezirkszeitung hier gewonnen. Sie mussten dafür Fragen an den Rapid-Kapitän, an die Zeitung posten. Zum Beispiel, was frühstückst du vor einem Spiel? Meistens als erstes mal einen guten Espresso und dann Brot mit, eher mit Wurst. Ich bin eher so ein Wurst-Typ an Stadtmarmelade. Welcher Spieler darf in deiner Traumelf nicht fehlen? Ich denke, im Moment ist Messi, kann man aus keiner Mannschaft rausnehmen. Wird das Eröffnungsspiel im Allianz-Stadion auch dein Abschiedsspiel sein? Ich hoffe es nicht, aber man wird schauen, wie lange ich noch spiele. Ich kann das selber noch nicht sagen. Aber ich würde schon gerne noch zumindest ein Jahr im neuen Stadion spielen. Am Ende gibt es noch Tickets für das Heimspiel gegen Wiener Neustadt. Fotos, Autogramme und einen bleibenden Eindruck, den Steffen hinterlässt. Ja, sehr sympathisch. Ja, sehr locker. Netz und sympathisch. Ja, total sympathisch. Kommt ehrlich rüber und war cool, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.